Du kennst den Spruch, Gedanken sind wirkende Kräfte und du kannst sie nicht mehr hören und sagst jedes Mal, nein! Und ich sag dir doch, es ist so. Und nicht nur Gedanken sind wirkende Kräfte, sondern auch Gedanken erschaffen deine Realität und ich toppe das Ganze noch mit, die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Und deswegen mein Tipp an dich, schau doch mal, was du den ganzen Tag so denkst, denn wenn du viel davon denkst, dann kriegst du das leider auch. Also wenn du das nicht willst, betreib doch einfach mal Gedankenhygiene.